Heute im Retro-Club geht's um absolute Kultklassiker, die damals von den deutschen Zeitschriften total mies bewertet wurden. Schönen guten Tag, herzlich willkommen, werte Zuschauer der Retro-Club mit mir, eurem Gregor, ist wieder angesagt hier auf Rocket Beans TV. Wir werden wieder eine knappe Stunde Retro-Gaming-Unterhaltung dann euch bieten können, wo ihr jetzt schon mal abonnieren, liken, die Glocke läuten und andere Social-Media-Dinge machen können. Macht sie am besten alle fünfmal hintereinander, dann hat man auch auf Nummer sicher alles gemacht. Als auch, checkt gerne sowas wie diesen feinen Zwirn aus, denn wenn ihr den selber haben wollt, wir haben das im Rocket Beans Shop unter anderem unter diesem Link dann erhältlich, ist in der Videobeschreibung auch drin. Als auch, bevor wir alles hier runterwerfen, zwei Retro-Club-Bücher gibt es mittlerweile mit dem ABC der Videospiele Level 1 und Level 2. Ich muss mal gucken, wann diese Folge ausgestrahlt wird, sonst hätte ich noch mal ein bisschen Werbung machen können, denn ich bin demnächst in Berlin und mach quasi eine Lesung aus dem Buch. Zumindest vor Ort mit ein bisschen Gamespielen, so ähnlich wie wir es hier machen. Das ist, ähm, Gott, ist der 21. Juli, ist auf jeden Fall Dienstag in der ab 20 Juli-Woche. Checkt Social Media aus, wenn ihr es verpasst haben wollt und die Folge schon ausgestrahlt wurde, ist bestimmt cool gewesen, da seid ihr beim nächsten Mal dran gewesen. Ansonsten, aber, gehen wir wieder zurück zum Thema des Tages. Ich hab häufiger ja mal dank solchen wunderbaren Seiten wie Kultboy.com mich wieder durch die alten Zeitschriften-Tests lesen können. Einer der Gründe, warum ich dann auch in die Spieleberichterstattung gegangen bin, auf die eine oder andere Art, weil ich eben sehr gerne in den Zeitschriften damals gelesen habe. Das Interessante ist, wenn du die nach 20, 30 Jahren dann wieder zu Gesicht bekommst, die ganzen Tests von damals, ähm, kommen nicht nur jede Menge Nostalgie hoch, sondern auch, ich hab ja mittlerweile Selbsterfahrung mit diesen Spielen gemacht und hab meine eigene Meinung und eigene Prozentwerte, die ich persönlich geben würde, und denk dann, okay, warum ist das denn so passiert? Wie hat dieses Spiel diese Wertung bekommen? Wir haben schon Sondersendungen gemacht, wo wir uns besonders niedrig bewertete Spiele angeschaut haben. Wir hatten auch schon mal eine Sendung mit besonders hohen Spielen. Eine spezielle Kategorie, die mir aufgefallen ist, und das ist eben das Thema des Tages heute, ist dann absolute Kultklassiker, wo ich persönlich sagen würde, hey, das sind in den meisten Fällen 80 Prozent Spiele, 90 Prozent Spiele, haben vergleichsweise niedrige Wertungen in den Zeitschriften bekommen. Und gab's dafür einen Grund? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Oder haben die Tester damals das Spiel gefühlt nicht richtig verstanden? Und wir gucken mal aufs erste Bild drauf. Eines dieser Beispiele, mit denen wir einsteigen wollen, ist das gute alte The Legend of Zelda, der Klassiker schlechthin vom NES, hat eine Wertung von 64 Prozent bekommen von Reinhard Fischer in der Mega Blast 92. Ein kleines Zitat aus seinem Test. Begleitmusik und FX klingen auch bei der Fortsetzung nicht mehr taufrisch. Die ehemals karge Grafik hat sich dagegen sichtbar gesteigert. Ihr merkt an dem Zitat, da bezieht sich der Test von Reinhard nicht nur auf Legend of Zelda 1, sondern auch auf Teil 2. Und wir können mal gerne aufs Ingame auch nochmal draufgehen bereits, weil da können wir im Hintergrund mal ein bisschen das Spiel laufen lassen, die selbstablaufende Demo oder den Intro Screen. Ich hab die Tests hier auch rausgesucht und ich will euch ein bisschen ausführlicher darüber vorlesen, bevor wir reinschauen. Meine Zelda, ja, absoluter Klassiker, 1986 rausgekommen. Und da seht ihr vielleicht einen der Gründe, warum diese Wertung so niedrig gewesen ist. Weil 64 Prozent, da muss man schon in sich gehen, um zu sagen, diesem Game gebe ich 64 Prozent nur, liegt an der Späte des Tests. Denn die Mega Blast, im Jahr 1992 rausgekommen, ist ein Sonderheft gewesen von der Amiga Joker, meine ich. Die normalerweise ja eher Computergames zu werdet hat, aber wir haben Mega Blast als Konsolen-Sonderheft gemacht. Und da haben sie etliche Konsolen-Klassiker für die damalige Zeit, schon sechs Jahre vorher, ist ja im Original dann Zelda rausgekommen. Ich meine, in Deutschland 88, 89, also ein paar Jahre älter schon. Und was die Tester damals gemacht haben, ist zu älteren Spielen bewusst niedrigere Wertung zu geben, von wegen, oh, wir haben ja so viel Fortschritt seitdem gemacht. Dementsprechend, wir können ja jetzt nicht sagen, Mensch, Legend of Zelda ist das verdiente 90-Prozent-Plus-Spiel oder wir geben dir nochmal 85 oder 86, sondern es gab entsprechend auch die Abwertung. Und es gibt nicht mal einen richtigen Wertungskasten hier im Test, wobei, na gut, nee, es gibt keinen richtigen Wertungskasten. Es gibt so einen Fließtext für Teil 1 und Teil 2, die zusammen bewertet wurden. Zelda 1 hat 64 Prozent bekommen und ich geh mal hier kurz rein. Und Zelda 2, The Adventure of Link hat 71, ich denke schon ganz automatisch im 90er-Bereich, 71 Prozent bekommen. Also wird es höher bewertet als das erste Zelda, was vielleicht auch nicht die Meinung von vielen Leuten ist. Denn insgesamt würde ich persönlich auch sagen, dass das originale Zelda ein bisschen besser gealtert ist als The Adventure of Link, was einfach teilweise auch enorm hohen Schwierigkeitsgrad hat und durchaus ein bisschen unfairer wirken kann als der Klassiker jetzt hier. Ja, man muss so in der Denke da drin sein. Das Zitat, was ich euch gegeben habe, der Test an sich klingt auch nicht so wirklich ultra negativ, aber ich glaube, es war so im Verständnis des Testers, da das Spiel älter ist, werden sich die meisten Leute nicht darüber aufregen, dass wir dem eine vergleichsweise niedrigere Wertung gegeben haben. Und infolgedessen kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, warum wir die 64 hier haben. Allerdings im Kontext, ich meine, das ist auch so ein Wertungsding, wir werden auch bei anderen Testern darüber stolpern, die sich vielleicht mal, oh, ich dachte, ich hätte ihn fast abgeblockt, die sich vielleicht auch mal mit Spielen beschäftigen, die damals schon älter gewesen sind. Ab wann gibt es gewisse Abwertungen? Reicht es, wenn du ein geiles Spiel hast, was eben schon ein paar Jahre älter ist, aber jetzt nochmal neu aufgelegt wird, ohne große Änderungen? Was bewertest du da? Bewertest du die eigentliche Spielspaßqualität, wo das Spiel auch immer noch absolut fantastisch ist? Oder obwohl du an sich schon 92%-Spiele in der Sammlung drin hast, aber weil es eine Sammlung mit alten Spielen ist, wertest du die dann ab? Solche Fälle haben wir dann auch teilweise. Und da muss man immer versuchen, sich so ein bisschen reinzuversetzen in die Denke. Wie viel kannst du diese Prozentwertung vertrauen? Musst du dann immer den Kontext sehen, von wann sie damals entstanden sind? Und ja, gerade Zelda hier, wie gesagt, ich finde hier nicht so ultraviele negative Formulierungen. Da kein separater Kommentarkasten, kein Fazitkasten ist, kann ich euch nicht mehr dann sagen, als das, was ich kurz schon mal zitiert habe. Und ich gehe mal kurz, wir können aus dem Ingame auch rausgehen, weil so lange müssen wir die Klassiker hier natürlich nicht spielen. Ihr wisst über Legend of Zelda mehr als gut genug Bescheid als Action-Adventure mit freiem, freiem Dungeon-Ablauf, mit Dungeons überhaupt. Das Konzept richtig eingeführt für Action-Adventures auf einer Konsole und einfach so ein wegweisender Titel hat hier trotzdem 64 Prozent bekommen. Ich gehe mal kurz durch die anderen Wertungen. Grafik 57 Prozent für das NES, Animation 53 Prozent, Musik 60 Prozent, Soundfix 55, Handhabung 66 und Dauerspaß 98. Nur der D-Mark-Betrag ist hoch mit 99 D-Mark für die Dame gezeigt. Ja, vielleicht, ey, wenn du noch 100 Mark ausgeben musstest im Jahr 92 für Zelda, dann überlegst du dir das umso mehr. Ich checke auch mal kurz. Die Mega Blast hat noch alle andere Spiele bewertet und wir wollen die jetzt hier nicht konkret durchgehen, aber wir wollen mal schauen, was für andere Wertungen die vergeben haben. Unter anderem, was gibt es hier? Sonic the Hedgehog, das erste auf dem Mega Drive, 83 Prozent. Thunder Force 4, 87 Prozent, also gut hoch bewertet. Turtles 1 auf dem NES 65 Prozent, ein bisschen höher bewertet, als ich gedacht hätte. Aber das zweite, was besser war, was das Arcade-Game war, Turtles 2, 75 Prozent. Maniac Mansion immerhin 85 auf dem NES. Also, naja, ich hatte die Zeitschrift auf jeden Fall selber gehabt, hätte aber jetzt bei dem Test gesagt, das fällt mir ein bisschen doch negativ im Nachhinein auf. Wir werden mit den kommenden Spielen, die wir jetzt besprechen, immer niedriger mit den Wertungen hingehen und dann schauen, was hat eigentlich die Reviewer bewegt und ob es dann legitim ist. Ich kann's hier bei der Mega Blast ein bisschen verstehen durch die Späte des Tests, aber 64 insgesamt, waren's 64? Ja, sind mir doch ein bisschen niedrig. Gucken wir auf das nächste Bild drauf. Das nächste Spiel hat noch eine niedrigere Wertung bekommen und zwar, holy shit, Mega Man X, ja, das für viele beste Mega Man aller Zeiten, hat in der Powerplay 4,94, damals im Test von Michael Hengst, ja, jemand, der seit vielen Jahren das schon getestet hat, 60 Prozent Spielspaßwertung bekommen. Der hat die japanische Version getestet, dementsprechend in seinem Zitat hier, spielerisch ist Rockman X nichts anderes als ein Aufguss des Oldies Mega Man 3. Von Neuheiten, spielerischen Finessen oder witzigen Einlagen keine Spur, schreibt der Michael. Und that's interesting, das ist wirklich interessant, denn Michael Hengst war immer jemand bei den Tests, bei dem ich persönlich seine Meinung auch wirklich sehr geschätzt habe, weil der auch vor allem Rollenspiele dann gemacht hat. Und hier hat er jetzt eben nicht typisch für sich so was im Rollenspielbereich getestet, sondern mehr im Action-Game-Bereich. Und ja, er sagt schon in seinem Test, da zu der Zeit, 94, war Mega Man 3 schon ein Oldie. Mega Man 2 und 3 galten da schon als zwei der besten quasi Genre-Vertreter. Und ich guck mal kurz, dass wir, wir können aufs Ingame schalten, da werd ich gleich noch mal den Fazitkasten jetzt vorlesen. Also, Michael hat damals 60 Prozent Spielspaß gegeben, 62 Prozent bei der Grafik an, 60 Prozent bei dem Sound. Interessant, Schwierigkeitsgrad Mittel steht hier. Das verwundert mich ein kleines bisschen, weil ich glaube, das würde ich eher bei schwer einordnen. Also, der Fazitkasten von Michael, werden wir im Hintergrund ein bisschen das sehen. Rockman alias Mega Man hat mich so manche Stunde Schlaf gekostet auf dem NES. Auf dem Super Nintendo raubt mir der schlagkräftige Knirps eher die Nerven. Bei dem Versuch, auf Nummer sicher zu gehen, nämlich das Originalspielprinzip von Rockman möglichst verlustfrei auf 16-Bit zu übertragen, sind die Programmierer für meinen Geschmack zu sehr am Vorbild hängen geblieben. Spielerisch ist Rockman X nichts anderes als ein Aufguss des Oldies Mega Man 3. Von Neuheiten, spielerischen Finessen oder witzigen Einlagen keine Spur. Technisch hinkt Rockman moderner Super Nintendo Software zudem ein paar Meilen hinterher. Keine Grafik Spektakel, selten sind mehr als drei Sprites gleichzeitig zu sehen und das aus guten Grundausrufezeichen, weil wir haben Slowdowns im Spiel und relativ flaue Hintergrundbilder tragen nicht gerade zur Begeisterung bei. Ich lese gerade noch mal ein bisschen weiter, aber ich spule kurz ein wenig die vielen Texte hier vor, weil wir wollen ein bisschen in-game sehen. So, während wir darüber reden. Die haben sehr lange Textsachen hier immer mitgehabt. Also ich lese hier kurz weiter, nicht gerade zu begeistern bei. Dass außerdem in fast jedem Level immer wieder die gleichen Feinde auftreten, nämlich den Designern persönlich übel, ist es doch ein Zeichen für Einfalls und Ideenlosigkeit. Ein letzter Kritikpunkt. Trotz sprichwörtlicher japanischer Gründlichkeit hat sich ein ernster Bug ins Programm gemogelt. Unversehens findet man sich nach einem Feuergefecht in der Levelmitte am Ende einer Spielstufe wieder. Der Mod ist erledigt, die Extrawaffe eingesackt, ohne eigenes Zutun. Da weiß ich jetzt nicht konkret, von welchem Bug der Michael spricht. Vielleicht ist es was, was in der japanischen Version drin war oder etwas, was bekannt ist im Mega-Man- und Rockman-Bereich. Ich hab's damals durchgespielt auf dem Super Nintendo, in der PAL-Version als Mega-Man X. Und ja, wir sehen jetzt hier ein bisschen so die selbstablaufende Demo. So die enorme harsche Meinung von Michael kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ich verstehe sie zu dem Teil, weil, ja, auch auf dem Super Nintendo, es ist einfach eine konsequente Weiterführung von dem, was du auf dem NES gesehen hast, nur mit mehr Grafikdetails, mit auch Slowdowns hier. Ihr könnt sehen, gerade wenn jetzt hier viele Effekte zu sehen sind, wird das Spiel ein bisschen langsamer. Du hast nur leichtes Geflacker ab und zu mal. Nicht zu ultra viel, meine ich. Aber Ideenlosigkeit und solche Begriffe hab ich hier drin gelesen. Die hätt ich mit Rockman X, mit Mega-Man X überhaupt nicht assoziiert, weil das ist wirklich ein sehr schön einfallsreicher Titel mit den verschiedenen Bossen, mit den Level-Konstrukten, mit neuen Story-Sachen, die reingemacht wurden. Und ey, für mich persönlich, und ich denke auch für viele andere auch, Mega-Man 2 und 3 in allen Ehren auf dem NES, das sind beides absolut fantastische Titel. Und ich würde auch sagen, 2 ist aus der alten Ehre so mein Lieblingsteil. Aber das ist vielleicht sonst mein Lieblings-Klassik-Mega-Man in der 2D-Ausführung hier. Das hab ich so lange gespielt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben's nicht umsonst bei Speed-Randale immer wieder hier drin. Und es macht dann auch einen Heidenspaß. Nur hat Michael damals wohl auf den falschen Fuß erwischt. Und der hat sich ein bisschen zu sehr festgehangen. Dann eben an dem Vergleich mit dem NES. Und es ist auch eine sehr singuläre Meinung mit den 60% hier. Wenn ich mal auf einen anderen Test hier draufgehe, wurde z.B. auch in der Mega-Fund 494 getestet, also gleiche Monatsausgabe, hat dort 85% bekommen von Markus Appel und Philipp Noack. Zwei Tester hatten sie da. Und Philipp hat unter anderem geschrieben für seinen 85%. Test 85 waren's, ne? Das ist also die Antwort. Leute, wenn euch Aladdin zu leicht und zu kurz war, solltet ihr unbedingt mal Megaman X spielen. Die Aufmachung kann vielleicht mit Aladdin nicht mithalten. Sehr interessant. Das ist mit Aladdin vergleichender als NES-Game. Aber dafür der Spielspaß. Megaman X verlangt wesentlich taktischere Spielen. Denn spätestens bei den Obermotzen seid ihr ohne die richtige Taktik aufgeschmissen. Übrigens solltet ihr eine gute Reaktion haben und euch nicht scheuen, bei gewissen Abschnitten einfach durchzurennen. Wer zögert, verliert. Diese Tatsache gibt jedoch auch Anlass zur Kritik. Feinde, die ihr schon vernichtet habt, tauchen sofort wieder auf, sobald ihr aus dem Bild raus seid. Das Schlimmste daran ist, dass Unfaire ... Ich will mal schnell auf Start gucken, weil ich will auch noch mal spielen. Das Schlimmste daran ist, dass dadurch Unfaire Stellen entstehen, die nicht hätten sein müssen. Ein echter Megaman-Fan sollte daran jedoch gewöhnt sein. War es doch bei allen bisherigen Versionen genauso. Also keine große negative Meinung. Die 85% sind eben wirklich recht weit auseinander hier. Ich spiele gerade den Anfangspart noch mal. Ich merke es immer wieder bei Megamanics eben, wie das Spiel ausschaut, wie es sich anhört, musikalisch, spielerisch. Wenn vielleicht der Slowdown nicht wäre, wäre es noch mal für den insgesamt visuellen Eindruck noch mal einen Tacken besser. Aber das ist alles der Spiele, das sich eben so als Genre-Koryphäer gehalten hat. Und da stechen auch die nicht schlechten 60%. Das ist ja immer noch jetzt hier überdurchschnittlich. Aber wird nicht unbedingt dann der Klassikerwertung gerecht. Und wir können jetzt ja auch nicht mal die in Anführungsstrichen Ausrede dann anwenden, dass wir es hier mit einem viel zu späten Test zu tun haben, sodass wir die 64% bei Zelda auf dem NES halbwegs verstehen können. Also hier, denke ich, war es einfach so auf dem falschen Fuß erwischt, dass es dann entsprechend diese Wertung bekommen hat. Checkt gerne die Speedrandale-Folgen aus, wenn ihr ein bisschen mehr zu Megaman X respektive Rockman X sehen wollt. Und immer noch ein großer Fun. Und, oh, da können wir den hier noch machen. Und ihr könnt es natürlich immer noch in diversen Collections spielen. Die Megaman X-Collection gibt es ja seit einiger Zeit noch auf vielen anderen Plattformen als auch, müsste ja auch auf dem Super Nintendo Mini gewesen sein. Also könnt ihr es da auch noch erleben. Also nicht umsonst einer der am meisten portierten und gespielten Klassiker. Reicht dann damit. Und wir gucken auf die nächste Grafik und sind bei 58% angekommen für Street Fighter 2, respektive die Street Fighter Collection 2. Ralf Karelts, der Fighting-Game- respektive Beat'em-Up-Experte. Wir haben ja damals in den Zeitschriften alle Fighting-Games wurden Beat'em-Ups genannt. Was wir heutzutage wissen natürlich nicht exakt stimmt, weil Beat'em-Ups sind normalerweise die Bellscroller, wie man sie auch nennen würde. Neben den ganzen anderen in dieser Ausgabe getesteten Capcom-Krachern hat diese Witz-Compilation nicht mal für Oldie-Fans eine Existenzberechtigung getestet in der Videogames 5,99. Und da könnt ihr eventuell einen der Gründe für die niedrige Wertung auch herauslesen. Ich starte mal kurz das Spiel. Also die Street Fighter Collection 2, wie der Name es impliziert, das ist die Street Fighter-Sammlung und es ist die zweite Ausgabe dieser Sammlung. Es gab einige Zeit lang zuvor die erste Street Fighter Collection für die PlayStation 1. Und da konnte man Arcade-nahe Versionen oder fast Arcade-gleiche Versionen, wir können aufs Ingame, gerne raufhören, das spiel ich jetzt schon mal lehnt, in der ersten Street Fighter Collection spielen von Titeln wie Super Street Fighter 2, das Update Super Street Fighter 2 Turbo, und eine erweiterte Version von Street Fighter Alpha 2. Also ein bisschen bunt zusammengewürfelt, die einzelnen Titel, die man da spielen konnte auf dieser Compilation. Die waren auf der ersten drauf und die hat der Ralf Karels tatsächlich auch getestet und zwar in der Videogames 7,98, also eine Zeit lang vor der Collection 2 und hat dieser Sammlung 74 Prozent gegeben. Und Ralf Karels war damals quasi der Fighting-Game-Experte, hat ihm alles gespielt in der Richtung und auch seine Meinung abgegeben, viel auch über Neo-Geo-Sachen geschrieben. Der ist überhaupt nicht warm geworden mit der Street Fighter 2 oder Street Fighter Collection 2, die wir hier haben. Sammlungstechnisch, die Collection 1 hatte zwei Varianten von Super Street Fighter 2 und Street Fighter Alpha 2 drin, also relativ unterschiedliche Spiele. Hier haben wir quasi nur Street Fighter 2 in Anführungsstrichen, aber dafür, das sind, meine ich, die drei ältesten Versionen. The World Warrior ist das originale Street Fighter 2 vom Automaten, die Champion Edition, die leicht aufgewertet. Ich glaube, das war die, wo man auch die Bosse auswählen konnte, oder? Und Turbo Hyper Fighting, das, was wir als Street Fighter 2 Turbo dann umgesetzt bekommen haben auf Super Nintendo, unter anderem die Version, die ich mit am meisten gespielt habe, mit höherer Spielgeschwindigkeit und neuen Farben und allem drum und dran. Ich gehe mal auf das originale World Warrior drauf, mit Ladezeiten dazwischen, ist klar, weil wir uns auf der PlayStation 1 befinden. Und ich glaube, das ist der Grund, weil wir hier relativ ganz uralte Versionen von Street Fighter 2 bekommen haben. Street Fighter 2 selber ist für mich ein eindeutiger 90er-Kandidat. Ja, 90, 95 Prozent, auch Jahre später, auch Jahrzehnte später, ist es einer meiner All-Time-Faves, das originale Street Fighter 2, unabhängig von den Updates, die dann gekommen sind. Und hier hast du, glaube ich, den Kontext, dass du wieder alte Spiele dabei hast, die hier eben in dieser Dreiersammlung in Street Fighter 2 drin sind, plus ein paar Bonussachen, wie dass du dir Artworks freischaltest und andere Geschichten. Gucken wir mal kurz auf die Options, die wir hier einstellen können über das Hauptmenü. Können auf Schwierigkeitsgrad 4 bleiben. Time Limit, Key Config. Okay, das können wir, glaube ich, alles so lassen. Und gehen mal kurz in den Arcade-Modus rein, der mich wahrscheinlich komplett jetzt weghauen wird, weil die Schwierigkeit des Arcade-Automaten war doch relativ enorm. War zu der damaligen Zeit, wo es rausgekommen ist, haben wir gesagt, 5,99. Ja, also haben wir es mit einem acht Jahre alten Arcade-Game jetzt hier zu tun, in drei Varianten, die in dieser Collection rausgekommen sind, wo noch mal jetzt Ladezeiten zusätzlich vor den Kämpfen drin sind, weil es ein CD-Game ist, was natürlich auch dem flüssigen Spieler-Deepis nicht entspricht. Ich hatte es kurz mal verglichen mit der Arcade-Fassung selber, so von wegen, sieht man hier Unterschiede, was du auf der Playstation häufig hattest, war zum Beispiel, dass gerade bei solchen Fighting-Games wegen des Arbeitsspeichers Abstriche gemacht werden müssen, was die Animationsqualität angeht, dass da Frames gefehlt haben im Hintergrund. Aber ich kriege auch hier, ich merke bei dieser Version, kriege ich auch meine Moves alle nicht vernünftig raus. Der Flash-Kick will nicht so richtig. Es ist wahrscheinlich das PS5-Pad nicht so gut geeignet, wenn ich mit dem hier spiele. Bin ich sehr an andere Pads gewöhnt. Na komm. Oh, der erwischt mich jetzt. Nee. Oh, ich habe den Kampf tatsächlich noch gewonnen. Immerhin, trotz meiner verhauten Steuerung jetzt hier. Es kann also durchaus sein, dass gerade bei solchen Fighting-Games, die umgesetzt wurden auf Playstation 1, dass da Animationsphasen fehlen und dass da die Grafik ein bisschen zuckliger ausschaut. Ich meine hier aber, das sollte eigentlich recht originalgetreu dem Automaten entsprechen, auch wenn er schon etliche Jahre alt ist. Und dieser Zusammenschluss bei Ralf, dass wir es sowohl mit dann drei Ausgaben von der ältesten Version von Street Fighter, wo wir schon eine Collection bekommen haben mit den quasi besseren Versionen von Super Street Fighter 2 plus Street Fighter Alpha 2, was damals noch ein relativ frischer Titel war. Und dann bekommst du das hier hinten dran, das zu dieser enormen Abwertung geführt hat. Ich werde gleich noch mal den Wertungskasten hier vorlesen. Und Ralf hat sogar einen Vergleich zwischen verschiedenen Beat-em-Ups, verschiedenen Fighting-Games hier in den Testen mit eingebaut, um zu zeigen, was für eine Mogelpackung seiner Meinung nach hier dieses Street Fighter Collection 2 drin ist. 58 Prozent. Trotz der Natur als altes Spiel, und ich guck mal, ob ich rausgehen kann und dann mal eins der anderen Spiele hier aktiviere mit der Ladezeit. Das dauert natürlich dann so ein bisschen. Hat ihn wohl persönlich so vor den Kopf gestoßen, weil er eben andere Sachen, oh, ich kann hier, oh, ich kann hier nicht raus, okay. Dann werde ich gleich mal so vorlesen. Oder, nee, Blanke hau mich mal kaputt. Und dann lese ich mal hier vor und dann können wir vielleicht ins Hauptmenü dann rübergehen. Hat er sie wohl so ein bisschen persönlich auch angegriffen, na gut, nicht persönlich angegriffen gefühlt. Da ist natürlich, also das können wir natürlich nicht wissen, aber es ist ihm wohl dann noch mal saurer aufgestoßen, dass es diese Wertung gegeben hat. Ralf hat da mal was geschrieben, geht's so. Zu Street Fighter Collection 2 fällt mir eigentlich nichts mehr ein. Im Grunde wird euch hier ein einziges Oldie-Spiel zum Vollpreis angeboten. Neben der ganzen anderen in dieser Ausgabe getesteten Capcom-Krachern hat diese Witz-Compilation nicht mal für Oldie-Fans eine Existenzberechtigung. Selbst die beiden Collections zusammengefasst, wären mangels Abwechslung nicht kaufeinreiz genug. Oh, da packt er die erste Street Fighter Collection mit ein. Jeder einzelne Angeboten ist jedoch eine Farce. Irgendwo hört der Spaß bei Capcoms Street Fighter-Vermarktung bei mir auf. Mein Tipp, wollt ihr unbedingt ein altes Street Fighter spielen, sucht euch auf dem gebrauchten Markt ein Super Nintendo mit Super Street Fighter 2, was euch schätzungsweise genauso viel kosten wird. Ja, mittlerweile nicht mehr. Äh, der Sammler, die Sammelpreise sind ja enorm gestiegen. Mal sehen, ob die Jungs sich bei Street Fighter Collection 3 mehr zusammenreißen und endlich mal eine vernünftige Compilation mit mindestens Street Fighter 2, äh, Street Fighter 1, Street Fighter 2 Turbo, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2010. Interessant, das ist das NES-Game, was eigentlich nicht Street Fighter ist, aber der auch den Street Fighter-Namen hat. Und Final Fight 1 bis 3 gebacken kriegen, was eigentlich ja auch mal zu Street Fighter hätte gehören sollen, die Final Fight-Serie. Und, äh, ja, hey, diese Sammlung ist in der Form ihm wirklich enormst sauer aufgestoßen. Ja, ich glaub, hier komm ich dann auch nur raus, wenn ich dann entsprechend aufstehe. Wir haben auch genug geschaut von der Collection hier, äh, was ich persönlich relativ amusant gefunden habe. 58 Prozent gab es hier für diese geilen Games, weil die in einer teureren Klassiker-Collection jetzt dann zusammengefasst wurden. Was war der Preis? Ich fand's lustig, dass Street Fighter 2 The Movie, das Videospiel, besser bewertet wurde insgesamt, was wirklich ein Grütze-Game ist auf der PS1. Das hat bekommen, hatte ich mich hier noch mal notiert. Street Fighter The Movie hat 67 Prozent Spielspaß bekommen. Also, um einiges drüber hinaus noch. Und einer der Gründe, warum diese Street Fighter 2 Collection eventuell so mit Oldies, vergleichsweise Oldies, vollgemacht wurde, in Japan gehörte das eigentlich zu dieser Capcom Generations-Serie. Eine Serie von Capcom alten Games, die noch mal für Playstation, ich meine, auf Saturn neu aufgelegt wurden. Da gab's auch eine Sammlung mit dem originalgetreuen Ghouls & Ghosts und alles drum und dran. Und vielleicht ist das so der Hintergrund gewesen. Das war eh als Oldie-Compilation in Japan angelegt. Aber da es diese Oldie-Compilation in der Form nicht 1 zu 1 im Westen gegeben hat, hat man also die Collection 2 daraus gemacht. Und schon wirkt es so, als ob du weniger für dein Geld bekommst, du die 90 bis 100 D-Mark, als wenn du die Collection 1 geholt hättest. Oder wie von Ralf hier gewünscht, alles zusammen gemanscht in einem Spiel. Was wir ja zumindest in den späteren Jahren, da gab's ja bessere und umfangreichere Street Fighter Collections mit vielen mehr Titeln, wo die Dreier und die anderen auch mit reingetan wurden. Und alle Alphas, die kann man sich eher geben als das. Ich würde sagen, lasst uns kurz mal hier durchatmen, eine kleine Pause machen. Und wenn wir aus der Werbung wieder zurück sind, dann geht es weiter mit viel mehr Klassikern, die mies bewertet wurden. Bis gleich. Und abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Danke. Da sind wir wieder. Die Pause ist vorbei im Retro-Club. Es geht weiter mit dem Thema Miese-Wertungen für große Klassiker. Gerechtfertigt oder nicht? Nicht, ja, wir hatten im ersten Teil der Folge uns ja schon mit so was wie dem 64% der Mega Blast für The Legend of Zelda auf dem NES beschäftigt, was ein bisschen nachvollziehbar, weil es ein wesentlich späterer Test gewesen ist. Sehr ähnlich wie bei den 58% für die Street Fighter 2 Compilation auf der PlayStation 1. Immer noch geile Spiele, die auch gut spielbar waren auf der PlayStation 1. Aber alte Games und den neuen Preis noch mal aufgelegt. Die 60% für Mega Man X kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Da würde ich persönlich nicht mit dem Test hier einhergehen. Was mir auch sehr ähnlich bei dem nächsten Beispiel geht, weil das mir persönlich ein bisschen wehgetan, muss ich sagen. Gehen wir auf das nächste Bild drauf und gehen zu F-Zero auf dem Super Nintendo. Das Bild gerne vorne dran zeigen. Wir wollen im Test einmal kurz die Meinung mitnehmen. Nämlich 55% hat F-Zero in der Playtime 1092. Über die Playtime müssen wir eh gesondert noch mal sprechen, weil da ist einiges gelaufen, habe ich den Eindruck, was die Spieletests angeht. Oliver Menne hat es damals getestet, hat 55% gegeben und unter anderem in seinem Fazitkasten geschrieben. Der Sound klingt anfangs verblüffend gut, doch sinkt die Begeisterung sehr schnell und der Lautstärkeregler muss einmal mehr in Anspruch genommen werden. Ich hab explizit dieses Zitat rausgesucht, weil F-Zero für mich eines der Spiele mit dem besten Soundtrack auf dem Super Nintendo ist. Und hier wurde das noch mal explizit als notwendig zum Lautstärkeregler zu greifen beschrieben von Oliver mit seinen 55%. Also, I don't know. Ja, F-Zero, Launchstil für das Super Nintendo. Jetzt können wir gerne auch aufs Game raufgehen, während wir das hier sehen. Sehen gleich noch mal ein bisschen von der selbstablaufenden Dämung. War natürlich ein Paradestück, damals zum Launch für den Mode-7-Effekt, also den speziellen Grafikmodus, wo du einen Background-Layer, eine Hintergrund-Grafik so kippen und drehen und bewegen kannst. Dadurch sind diese flüssigen, schnellen Straßen für diesen Future Racer entstanden. Inklusive tollem Design, Strecken machen, Fun. Die Musik ist wirklich fantastisch für Super Nintendo-Verhältnisse und es ist wirklich ein absoluter All-Time-Classic. Eines, das ich damals gern gespielt habe und immer noch sehr gerne spiele. Die Playtime hat 45% gegeben. Für die Musik gab es 45%, für die Grafik 65%, für die Spielbarkeit 65%. Da ist man also für insgesamt auf 55% gelandet. Es gibt keinen Fazitkasten, aber der Test ist jetzt so kurz, dass ich den, glaube ich, komplett vorlesen kann. Und wir können es ja da mal in den Kontext setzen. Also der Oliver Menne war es, der hat geschrieben, leider lässt sich F-Zero nicht zu zweit spielen. Okay, das ist richtig. So, dass sich nur ein Einzelkämpfer durch die unterschiedlichen Ebenen schlagen darf. Natürlich kann auf jeder Welt ausgiebig trainiert werden, wobei vor allem die scharfen Kurven im Langzeitgedächtnis abgelegt werden müssen, um heftige Kollisionen mit der Leitplanke zu vermeiden. Diese unscheinbaren Zusammenstöße zähren erheblich an dem bestehenden Energievorrat, der erst kurz nach der Startlinie wieder aufgefrischt werden kann. Bisher sind wir im Beschreibungsmodus, also es wird beschrieben, was das Spiel ausmacht. Kaum werden die Weltmeisterschaftsläufe eingeläutet, geht es auch schon richtig los. Die Boliden werden ausgewählt und auf ihren Startplätzen platziert. Hochgezüchtete Motoren jaulen auf. Spannung liegt in der Luft. Wer hat wohl den besten Start? Beschleunigung, starke Renner werden hier natürlich leicht bevorteilt, denn die großen, schweren Kollegen kommen nur sehr langsam auf Trab. Dafür können sie aber auf langen Geraden kräftig zulegen und holen auf diese Weise die verlorenen Meter leicht wieder auf. Vom technischen Gesichtspunkt hat also jeder Fahrer, auch die Computergegner, die gleichen Voraussetzungen, sodass einem ausgewogenen Rennen bisher nichts im Wege steht. Bisher merke ich nichts von den 55 Prozent. Das ist alles jetzt Beschreibung, wie dieses Spiel funktioniert, was es alles ausmacht. Wo kommen die den 55 Prozent denn her? Einen kleinen Schuss Hinterhältigkeit muss man allerdings unbedingt im Hinterkopf behalten, denn die hemmungslosen Formel-Null-Piloten, F-Zero, Formel Zero, kennen keinen Erbarmen. Da wird geschubst und gedrängelt, geschnitten und ausgebremst, ohne dass auch nur eine Regel verletzt worden wäre. Bei diesem Sport ist einfach alles erlaubt. Die Raumschiff-Sprites wirken klobig und sind nur sehr mittelmäßig animiert worden. Okay? Ganz im Gegenteil zu dem sauber scrollenden Straßenbelag. Dieser kann F-Zero gerade, auch gerade noch einmal retten, denn er fließt endlos lang in den Hintergrund und bietet eine atemberaubende Geschwindigkeit. Der Sound klingt anfangs verblüffend gut, doch singt die Begeisterung sehr schnell und der Lautstärkeregler muss einmal mehr in Anspruch genommen werden. Also wirklich kritisiert wird wenig in dem Test. Aber nach dem Text hätte ich nicht ganz 55% erwartet, muss ich sagen. Sondern vielleicht kannst du was in dem 60er- oder 70er-Bereich geben. 70 kann man ja auch noch akzeptieren oder so. Das ist ja vielleicht nicht von jeder Person der Geschmack. Hier diese Art von Racer mit diesem futuristischen Ansatz. Zu der Zeit musst du ja eben wissen, so was in der Flüssigkeit hattest du auf einer Konsole nicht. Wo das so flüssig in dem Speed entlanggerauscht ist auf Computern auch. Da musst du schon fast eher in die Arcade-Halle gehen, um da so was in der Art hier anschauen zu können. Und ja, Mode 7 ist natürlich etwas hier mit dem Kipp-und-Dreheffekt. Das hat seine Vorteile, aber auch seine Limitationen. Du hast keinerlei Höhenunterschiede mit Mode 7, weil es ja in Wirklichkeit nur ein Grafikhintergrund ist, der gedreht wird. Und dementsprechend bei den Gleiteranimationen oder das Aussehen der Gleiter. Ich finde jetzt nicht, dass die dann schlecht aussehen oder so. Sie sind ja auch noch mal dezent animiert. Ich fahre eh immer am meisten sehr gerne mit dem Fire Stingray hier. Höchste Endgeschwindigkeit zwar am schwierigsten zu steuern, aber es geht da noch einigermaßen. Wenn du richtig mit dem Game zurechtgekommen bist, und ich mach mal hier kurz den Turbo rein, mach der Gewohnheit, uh, an die Wande gekracht. Das brauchte ich nicht. Kann sich entscheiden, ob man in Runde 2 den Turbo aktiviert, dass man die Zwischengeschwindigkeit hält. Ich wurde von der Musik, von der Grafik, von der Spielbarkeit, das ist einer meiner meistgespielten Titel auf dem Super Nintendo gewesen, den du natürlich nicht im Mehrspielermodus in dem Spiel spielen kannst. Das ist eine Domäne von späteren F-Zeroes dann gewesen. Aber ganz im Ernst, ich weiß nicht, wo diese 55% herkommen. Wir checken gleich auch noch mal, nicht in der Ausführlichkeit, aber ich will noch mal kurz durch die Wertung der anderen Zeitschriften gehen. Und ich meine, dass F-Zero durchweg ein 80% Kandidat gewesen ist, den man damals mitgenommen hat. Und, äh, ja, keine Ahnung. Playtime hatte ich kurz erwähnt als Zeitschrift. Also die Playtime selber, ich muss es mir noch mal genauer angucken, weil die war mal irgendwann in den Zeitschriftenregalen aufgetaucht und ich hatte die mitgenommen. Und da hatte ich das Gefühl, dass die Wertungen teilweise sehr auseinandergingen im positiven als auch negativen Bereich. Also, äh, manche Spiele waren enormst hoch bewertet verglichen mit anderen Zeitschriften. Ich kann mich an etwas erinnern wie, äh, die Dick-Tracy-Umsetzung für den PC, meine ich damals, die in so Zeitschriften wie der Powerplay sogar irgendwie einen einstelligen Prozentbetrag bekommen hat. 7, 8%, irgendwie sowas. Und dann war es aber irgendwie bei der Playtime-Gefühlsspiel des Monats mit 95%. Und ich denke, hä, wo bin ich denn hier gelandet? Und da ist häufiger manch solche Sachen. Ein bisschen vielleicht wie in der Mega-Fun, wenn da Sega-Spiele gewesen sind, die gerne auch mal höher bewertet wurden von Sega. Ähm, die Mega-Fun-Leute haben ja auch, meine ich, das offizielle Sega-Magazin-Spieler gemacht. Das war wohl schon in der Mega-Fun zu einem Teil mit drin. Und da greifen persönliche Vorlieben und persönliche Eindrücke mit rein. Vielleicht hat's ja der Oliver wirklich als ein 55-Prozent-Spiel empfunden. Aber ich weiß nicht, du hast damals ja auch als Tester nicht wirklich Kontext gehabt, ne? Kein Internet, du kannst dich nicht mit anderen Leuten außer deinen Kollegen und wir haben hier genug geschaut von der F-Zero mit deinen Kollegen austauschen und hast vielleicht so kein Gefühl von wegen oder ältere Titel in dem Maße gesehen, wo du das nochmal einordnen kannst. Also sind diese 55 Prozent auch aus dem Bauchgefühl und der Emotion daraus entstanden, wie das Spiel damals empfunden wurde. Aber da ist der Oliver auf weiter Flur relativ allein da gewesen. Ich guck mal durch die anderen Wertungen hier durch. Und die Powerplay der Michael Hengst, den wir gerade mit den 60 Prozent hatten für Mega-Man X, der hat zum Beispiel 85 Prozent für F-Zero gegeben in der Powerplay 3,91. Wir haben in der Videogames 1,91 von Julian Eggebrecht 85 Prozent ebenfalls bekommen und in der ASM 92 gab's eine 11 von 12 Punkten Bewertung, was ja auch super duper hoch ist. Das ist der einzige Ausflieger mit den 55 Prozent für F-Zero. Stimme ich überhaupt nicht mit ein. Nächstes Bild, was wir uns angucken. Und wir sind auf dem NES und haben Donkey Kong hier getestet von Martin Gaksch in der Powerplay 10,88. Kurz Zitat, weil der Test selber ist auch nur zwei Sätze lang. Ich werde gleich nochmal erklären, warum. Aber er hat Donkey Kong eine Wertung von 47 gegeben. 47 Prozent für eines der wichtigsten Spiele aller Zeiten. Wobei, vielleicht können einige von euch sich schon denken, warum wir so eine niedrige Bewertung bekommen haben. Donkey Kong auf dem NES, eines der frühesten Spiele, die umgesetzt wurden. Wir können aus In-Game draufgehen, während die selbstablaufende Demo hier so ein bisschen läuft. Er ist, finde ich, rein vom Look und vom Spielerischen her, eigentlich sehr gut umgesetzt worden. Ja, es nimmt, wie der Automat sich anfühlt und wie der aussieht, eigentlich ziemlich gut auf. Es steuert sich gut. Du hast ja eh nicht so viele Optionen gehabt. Allerdings, eine Sache, die immer kritisiert wurde an Donkey Kong auf dem NES, ist es, da fehlt ein bisschen was vom Spiel verglichen mit dem Arcade-Original. Der Martin Gaksch hat es getestet in der Powerplay 10,88, also ein bisschen nach dem originalen Release, würde ich sagen. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher, 81, was da unten steht, ist das Jahr, wo der Automat rausgekommen ist. In Japan kam es recht früh, meine ich, auf dem Famicom heraus, also schon 83, 84, wie auch immer der Famicom-Release damals gewesen ist, das nicht so lange gedauert hat. Wir haben natürlich später erst in Europa diese Fassung für die NES-Ausgabe vom Famicom bekommen. Also, dass da vielleicht auch das Argument gilt von wegen älter. Aber das Inkomplette, da fehlt von den vier Bildschirmen, von den vier, ja, Locations, die man dann überwinden muss, um dann zu Pauline hochzukommen, wo Donkey Kong sie gerade in Beschlag genommen hat. Da waren vier Bildschirme im Arcade-Automaten drin und auf dem NES waren nur drei dabei, auf dem Famicom. Und das hat Martin hier auch geschrieben. Unvollständige Umsetzung des Klassikers, nur drei statt vier Bilder, nur für Fans interessant. Es ist eine Auflistung von sehr vielen NES-Titeln hier und da hat Donkey Kong unter anderem 47 Prozent dafür bekommen. Und sie sind manchmal mit den Wertungen hier doch schon ordentlich hier hoch und runter gegangen. Also, wenn ich mich hier andere Wertungen angucke. Das originale Super Mario Bros. hat 92 Prozent bekommen. Absolut verdient auch viele Jahre später. Ice Climber, 62 Prozent. Könnte ich persönlich auch nachvollziehen. Kung-Fu hat 45, Popeye 33 Prozent. Oho, Balloon Fight 65, Duck Hunt 25 Prozent. Ja, das Lightgun-Spiel. Aber Gamschu als Lightgun-Spiel hat 70 Prozent bekommen. Und Wild Gunman auch 25 Prozent. Also, das ist schon einigermaßen das hin und her gegangen. Und ich starte mal mal gucken, wie weit wir kommen. Ich hab fast schon Angst, dass wir diese drei Bildschirme hier nicht sehen, weil es ist ein kurzes Spiel. Aber auch, du musst natürlich schon sehr aufpassen, dass du hier nicht getroffen wirst von den Fässern. Ähm, ich weiß nicht, ob das Spiel so viel mehr an guten Wertungen bekommen hätte. Ah, und natürlich hab ich gleich den Fehler hier gemacht. Ob das Spiel so gute Wertungen bekommen hätte, wenn auch der vierte Bildschirm drin gewesen wäre. Vielleicht nicht diese, was haben wir gesagt, 47 Prozent? Auf jeden Fall die vergleichsweise niedrige Wertung, sondern eventuell wegen der kürzeren Natur des Spieles als Arcade-Umsetzung. Da warst du schon trotzdem zu, im Jahr 88, äh, längere Spiele, oh, 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 komm, oh, Glück gehabt, ist nicht runtergekommen. Äh, längere Spiele warst du da gewöhnt. Und er hätte es dem eventuell auch eine Abwertung gegeben. Ah, okay, dann haben wir den Level geschafft, immerhin. Mal gucken, ob wir durch den zweiten da durchkommen. Ähm, das eventuell auch nicht so gut bewertet worden wäre. Aber es ist Donkey Kong, ne? Den kann man schon vielleicht mindestens ein 70er geben oder so. Bin mir nicht ganz sicher. So, können wir den mal hier runterlocken. Uff, das war Glück. So, wie stelle ich mich hier nochmal hin? Okay, haben wir Level 2? Boah, auch geschafft. Sehr knapp. Und jetzt sind wir schon am Ende des Spiels eingekommen. Jetzt müssen wir hier, äh, durch diese Blöcke in der Mitte. Ich hätte also parallel auch übrigens die Items von Pauline hier einsammeln können. Die mich nochmal... Oh, verdammt, ich war nicht richtig auf der Treppe. So, lass mal gucken, ob wir das noch hinbekommen. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, oh. Oh, jetzt habe ich den da unten gefangen. So, mal sehen. Komm ich da rüber. Oh, jetzt geht er da rauf. Okay, ich glaube, ich kriege das. Dann haben wir ein komplettes Let's Play quasi hier. Geschafft. Äh, das war das komplette Spiel. Hier auf dem NES. Wir haben Donkey Kong in seine Schranken gewiesen. Wir hätten noch eine Minute mehr spielen können, äh, wenn wir, äh, den letzten Level... Und hier wiederholt es jetzt wieder. Wir hätten eigentlich noch ein anderes Level gehabt und den Abspannbild und alles drum und dran. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Jetzt wird es schwieriger. Äh, man kann die 47% wahrscheinlich auf eine gewisse Art nachvollziehen. Es blutet mir trotzdem ein klein bisschen das Herz. Weil es ist ein geiles Spiel. Und so waren Arcade Games damals in der Form. Aber im Jahr 88 hat das zu einer extremen Abwertung von Martin geführt. Genug davon. Wir sind im 40er-Prozent-Bereich gewesen. Und zwei Spiele haben wir noch. Und bei beiden blutet mir auch ein bisschen das Herz, muss ich sagen. Denn gerade die Titel hätte ich nicht im 30er-Prozent-Bereich gesehen. Und wir gucken auf das nächste Bild drauf. Und sind bei Thunder Force 3 rausgekommen. Einer der herausragendsten Horizontalschüler zu der damaligen Zeit. Getestet in der Playtime 1191 von Christian Müller. Der hat geschrieben, unter anderem eine echte Low-Budget-Produktion, Ausrufezeichen. Und eine Wertung von 36% gegeben. 36% für Thunder Force 3. Also Thunder Force 4, der Nachfolger von Thunder Force 3. Wir können aufs Ingame auch gerne raufgehen. Da kann die selbstverlaufende Demo schon ein bisschen was machen. Der vierte Teil gilt als einer der besten Shooter aller Zeiten. Weil er noch mal ein kleines Stück besser gewesen ist als der dritte. Der früh, als er rausgekommen ist, im Jahr 1990, für die damaligen Verhältnisse, was das Visuelle, das Gameplay, die Musik usw. schon einer der herausragendsten Horizontalschüler gewesen sind. Aber nicht für die Playtime damals. Das ist jetzt erst mal die selbstverlaufende Demo. Ich werde auch gleich versuchen, noch mal selber zu spielen. Christian Müller hat damals geschrieben, und leider auch in der Playtime kein Fazitkasten, sondern ein umfangreicher Test. Ich guck mal, ob ich hier ein paar Zitate rausgucken kann. Die Zahl der Ballerknallermodule im Horizontalscrolling für das Sega Mega Drive muss doch langsam unüberschaubar sein. Eine Einöde. Manche davon warten wenigstens mit ein paar neuen Gags auf oder Beeindruckung durch tolle Animationen oder Grafiken. Mit Thunder Force 3 ist aber wohl nur das Meer der Massenware noch ein bisschen massiger geworden. Holy Shit, das ist doch einiges. Ich spring mal ans Ende des Tests. Der erste Eindruck ist manchmal entscheidend. Den vermittelt schon das Handbuch. Lieblos in Schreibmaschine abgetippt und mit grauschlageren Screenshots versehen. Eine echte Low-Budget-Produktion. Ja, ähm ... Thunder Force 3 hat von Christian Müller überhaupt nicht den Nerv getroffen. Für die Grafik gab's 45%. Sound ... Aber ich kann's durch die Auflösung nicht erkennen. Könnte es eine 90% oder eine 80% sein? Ich glaub, Sound hat eine hohe Wertung. Aber die Auflösung des Tests ist hier so als Screenshot leider nicht hoch genug. Spielbarkeit 30%. Motivation 30%. Insgesamt die 36% hatten wir, ne? Guck noch mal hier kurz genau. Und ich würd dem überhaupt nicht beipflichten. Genau, 36%. Wenn ich auf andere Wertungen draufgucke, und ihr seht hier noch mal weiter, also, das ist ein gut aussehendes Spiel. Alleine mit den ganzen Wisch- und Wabe-Effekten. Da geht ordentlich was ab. Du hast jetzt hier nicht wirklich mega Slowdown und alles. Die Musik knallt. Thunder Force hatte ein interessantes Extrawaffensystem, wo du Extrawaffen einsammeln kannst, aber jederzeit die Extrawaffen durchwechseln durch diese Leiste oben. Du konntest die Geschwindigkeit deines Gleiters einstellen noch mal. Es ist auch einer der ein bisschen faireren Horizontal-Shooter. Er war schon nicht, ähm, unleicht, nennen wir es so. Er war schon durchaus so ein bisschen kniffliger, aber jetzt nicht tödlich superschwer, als dass du gar nicht dann reinkommen kannst, wenn du es ein bisschen gelernt hast. Ich werde gleich komplett versagen, werdet ihr schon sehen, weil gleichzeitig erklären und dann spielen wird bei solchen Games schwierig, ne? Und meine Reaktionsgeschwindigkeit ist auch nicht mehr die größte. Aber Thunder Force 3 war eigentlich immer ein großer Knaller. Und wenn man sich den Kontrast hier mal anguckt, ähm, die Mega Blast 92, die, äh, ja, da hatten wir es kurz angesprochen, die dann, äh, Zelda so niedrig bewertet hat, 85% gegeben, der Peter Braun dort, äh, Powerplay 99, der Marketing-Gagsch hat 85% gegeben, äh, und das steht im kompletten Kontrast gegenüber den 36, die wir hier haben. Ich geh mal rein. Und, äh, welches Stage wollen wir auswählen? Äh, nehmen wir mal Gorgon. Die hatte ich zwar jetzt nicht gespielt, aber wir schauen mal, ob wir das machen können. Mission Level normal. Ähm, es gibt ein geheimes Menü, was man aktivieren kann, durch Tastenkombinationen. Allerdings. Oh Gott, oh Gott, jetzt fängt es hier schon an. Ich brauch ein bisschen langsamere Geschwindigkeit. Das gibt mir ein bisschen mehr Präzision. Ich mach mal auf zwei. Oh, shit, das war nicht so gut. Okay, ich hab doch schon einen der schwierigeren Level hier jetzt hier gewählt. Ähm, und hier übrigens mal ein bisschen mehr, wenn ich meine Feuerpower gerade durch die eine Waffe nach vorne hier hinpacke. Äh, ja, wenn man dem, wer war das, Christian Müller, der das Spiel gerade dann so abgewatscht hat. Ja, wenn man einer Sache zustimmen muss, ja, es gab sau viele Shooter bereits zu der frühen Zeit auf dem Sega Mega Drive. Ähm, und dann können manche Titel durchaus in einem Meer an Shootern umgehen. Aber mein Eindruck war es vielleicht ein bisschen, ähm, ist, sind Shooter nicht unbedingt das Lieblingsgenre des Testers da gewesen? Und du musst natürlich nicht immer, wahrscheinlich jetzt hier die hohe Geschwindigkeit, das Parallax-Strolling und alles, ne? Äh, boah, okay. Äh, du musst natürlich nicht ein absoluter Hardcore-Genre-Fan sein, um ein Spiel vernünftig beurteilen zu können. Du musst vielleicht besser aufpassen und erklären, dass du den Game Over hier hinbekommst. Äh, aber es hilft natürlich schon mal, wenn du diese Spiele halbwegs vernünftig spielen kannst, das in den Kontext zu setzen, ne? Sonst, ähm, es reicht dann auch, weil so viel besser erklären und spielen in Horizontalschritte werde ich jetzt nicht machen können. Äh, du musst ja zumindest ein Gefühl dafür bekommen. Und ich hätte eher geschaut, wer ist denn wirklich affin gegenüber Shootern, damit vernünftig so ein Spiel eingeordnet werden kann. Und eine Perspektive von außen, um zu sagen, kann das jemand spielen, der keine Shooter mag, kann ja schon ganz gut sein. Aber so wird's dann nicht passen. verpflichte ich überhaupt nicht bei ihm. Es reicht dann auch mit Thunder Force 3. Ich möchte nicht diese negativen Gedanken haben. Und das letzte Beispiel für heute ist eines, was ich schon mal in einer der anderen Sendungen erwähnt habe. Der Grund unter anderem, warum ich diese Folge hier gemacht habe, weil ich bin über diesen Test gestolpert und hab gedacht, hä, versteh ich hier was nicht richtig? Lass mich noch mal lesen, was ist denn jetzt hier Phase? Gucken wir auf das Bild drauf. Denn Splatterhouse 2, auch ein großer Klassiker, meines Erachtens zumindest, in der Videogames 892 getestet von Andreas Knauf, hat eine Wertung von 32% bekommen. Splatter-Hui, Technik-Fui, das Geheimnis, äh, das Geheimnis, das Gemetzel, ist stark veraltet. Ich hab zu viele Conan-Intros noch mal gehört, deshalb denk ich überall an Geheimnisse. Aber das Gemetzel ist natürlich gemeint. Splatterhouse 2, der zweite Teil der großen Splatterhouse-Serie, von Namco, herausgekommen auf dem Sega Megadrive. Den ersten Teil gab es in der Arcade und auf der PC-Engine. Können wir aufs Ingame, jetzt hier einmal drauf, ist ein Sidescrolling, Beat'em up, ja. Beat'em up kann man schon sagen, nicht ohnehin nicht zu Kung-Fu. Also ihr bewegt euch nicht hoch und runter auf verschiedenen Ebenen, das gab's erst mit dem dritten Teil, sondern nur von links nach rechts. Und, äh, ist, äh, ein Splatter-Horror-Game mit einem Charakter, der eine magische Maske aufhat, so dass er ein bisschen so ausschaut wie, äh, Jason aus dem Freitag der 13. Filme. Und das war ein, meines Erachtens immer, ja, spielerisch nicht ultra tiefes, aber ein gut aussehendes, ein atmosphärisches, ein stimmungsvolles Spiel. Und eben gerade für Horror- und Splatter-Fans etwas, was du zu dieser Zeit nicht besonders häufig gekriegt hast. Und ich lese hier mal kurz den Wertungskasten von Andreas Knauf vor. 32% Spielspaß. Grafik hat 38 bekommen, Musik 35, Soundeffekte 48. Als Horror-Fan und Sammler von ungeschnittenen Gruselstreifen konnte mir Splatterhouse 2 keinen Schrecken einjagen. Okay? Einige von euch werden aber sicherlich wenig Gefallen daran finden, wenn Blutfontänen aus gespaltenen Schädeln spritzen und Monsterkörper an der Wand zermatschten. Äh, im Gegensatz zur Engine-Version hat die Grafik auf dem Megadrive leider an grausiger Qualität verloren. Hintergründe und Sprites sehen grobschlechtig aus und sind durchgehend klobig gezeichnet. Auch farblich hält sich alles im Gallengrün- und bis Blutrotrahmen. Auch, äh, aber auch spielerisch hat Splatterhouse 2 gegenüber dem Vorgänger abgebaut. Die 8 Level sind kurz und bieten nur selten einen auflagernden Gag. Einmal frisst sich ein Monster durch die Brücke, äh, die Brücke, über die ihr gerade lauft. Solche Einfälle bleiben jedoch Mangelware. Außerdem gibt es unfaire Stellen, an denen man nur mit Kontem Extrawaffeneinsatz oder durch Opferung eines Energieherzchens vorbeikommt. Angesichts der mageren technischen und optischen Qualität ist Splatterhouse 2 nur eingefleischten Gore- und Splatterfans zu empfehlen. Puh, das ist schon mal, das ist schon mal ein ordentlicher Abwart schon jetzt hier. Äh, die originale PC-Engine-Fassung. PC-Engine war der Port des Arcade-Originals, ähm, mit ein paar gewissen Änderungen in der Westfassung, ich weiß nicht, ob es bei der Japanischen so war, aber bei der Westfassung auch, hatte man die Maske des Charakters in rot eingefärbt, damit vielleicht die Freitag der 13. Rechteinhaber nicht was dagegen haben. Ähm, ich persönlich als Horrorfilm-Fan, gerade so im Classic-Bereich, fand immer, dass Splatterhouse gerade auch im zweiten Teil eigentlich gerade für Mega-3-Verhältnis sich hier gut ausschaut. Du kannst natürlich nicht so ultra viel machen, aber dafür fand ich so im kleinen Bereich einfallsreich. Wenn ich hier zum Beispiel diese Metallstange nehme, ich kann die Gegner jetzt hier in den Hintergrund klatschen, an die Wand, um so mal ein bisschen mehr Tiefe in das eigentliche recht stumpfe Beat-em-Up-Gameplay oder hier Kung-Fu-Master-Gameplay hier mit reinzukriegen. Okay, der Gegner ist gerade angegangen. Äh, ich hab die PC-Engine-Fassung oder den Port des Vorgangers nicht so lange gespielt, um da eine vernünftige Einschätzung zu geben, wie schlechter das jetzt vergleichsweise ausschaut. Ich meine nicht, dass es so viel schlechter ausschaut, aber da muss ich mich mal ein bisschen näher mit allen Splatterhouse-Spielen beschäftigen. Würde ich eh mal sowieso bei Gelegenheit gern machen wollen. Wobei, einer der Titel ist immer noch auf dem Index, leider. Also kann ich nicht so ... Ah, hab mich da mal umgeniedelt, da hab ich nicht genug aufgepasst. Einer der Titel ist immer noch auf dem Index, was die späteren Games angeht. Und deshalb kann ich euch keinen Komplettüberblick der Serie noch mal machen. Allerdings hab ich immer Splatterhouse 2 doch, wenn nicht als absoluten Klassiker, gerade für Genre-Fans, wenn du auf so Beat'em Ups stehst, wenn du solche Beat'em Ups, wenn dir die gefallen, und du nach und nach natürlich die Level lernen musst. Die sind ja auch darauf ausgelegt, du hast zwar natürlich hier so deine Energieleiste und manche Gegner sind so bewusst gelegt, dass du da nicht im ersten Moment, wenn du die zum allerersten Mal siehst, reagierst, sondern, ah, ich muss wissen, von hinten kommt jetzt einer, also rechtzeitig umdrehen und alles. Das ist dieses Learning by Dying. Was man häufig hat. Die Länge kann man verstehen, wenn es dann nur acht Level sind, durch die man einigermaßen fix durch ist und dann nicht unbedingt auf Widerspielbarkeit Bock hat oder es noch mal zu probieren und was dann mit weiteren Durchläufen ist. Es gibt sogar ein Passwortsystem hier. Du musst es also nicht immer von vorne anfangen. Wir werden auch gleich noch mal ein Passwort laden und in den späteren Level reingehen. Du hast so wenig in diesem Bereich bekommen, deshalb wusste ich das Spiel eigentlich immer zu schätzen. Mich hat es wirklich überrascht, dass es so eine niedrige Wertung gekriegt hat. Wir sind jetzt gleich beim ersten Boss. Ich muss mal gucken, ob ich den jetzt schaffe, weil das ist auch wieder, da musst du wirklich im Training sein. Visuell, akustisch, eigentlich schön einfallsreich, aber wohl ein bisschen weniger als das, was wir vom Arcade-Port auf der PC Engine gesehen haben, vom ersten Teil. Sogar ein bisschen Storytelling. Hier, das eine Monster hat Angst und wird dann gefetzt von diesem großen Schleimglobo. So. Ah, da hat er mich noch mal erwischt. Bin ich noch mal beim Endpost jetzt hier? Und das sind alles so Sachen, die du lernst natürlich, wenn du dann sofort abkratzt und dann, du hast auch einen großen Charakter mit einer relativ großen Hitbox. Aber ich habe ihn geschafft, glaube ich. Habe ich mich durchgewurschtelt. Und jetzt platzt ihm auch noch die Plauze. Die platzte. Die Plauze. Daraus. Und ich habe es in Stage 2 geschafft mit einem kleinen Intro-Bild. An Elevator. Sind wir jetzt hier hingekommen. Auch ein typischer Staple. So ein Standardelement von Beat'em Ups. Die Aufzugsequenz, wo Gegner in den Aufzug dann, wo auch immer dann runterspringen aus dem Schacht. Und hier man nicht wirklich groß flüchten kann. Ja, schwierig wird es durch die große Hitbox, das Charakter. Ich glaube, das hatte ich kurz angesprochen. Der ist natürlich massiv. Und man muss schauen, wann erwische ich die Gegner und wann erwischen die mich. Ich kann den Punch machen. Ich habe den Jump Kick. Ich kann unten den Kick machen. Was vielleicht noch mal nett gewesen wäre, wäre so eine Art Uppercut wie bei Outfit Beast oder so. Aber der ist hier leider nicht vorhanden. Ich lade mal kurz einen Spielstand. Zack. Denn ich habe schon mal ein Passwort eingetippt, bei dem ich durch einen späteren Level dann durchgehe. Und das wäre hier zum Beispiel schon mal Level 4, das ein Autoscroller wird, wo ich gerade verfolgt werde von einem riesigen Cthulhu-Wesen, der im Hintergrund. Und schon habe ich Scheiße gebaut. Oh oh, jetzt bin ich schon erwischt hier. Okay, ich glaube, das werde ich nicht überleben. Weil ich muss mich daran vorbei bewegen und im richtigen Moment punchen. Und mich nicht erwischen lassen. Weil sonst werde ich wieder zurückgedrängt. Und jetzt hat es mich hier erwischt. Also es bringt schon auch mal ein bisschen Abwechslung in die Level dann rein. Wirklich gerade so ein großer Konzentrationspunkt. Und was da nicht dann extra Abwechslung darüber hinaus drin ist und die Kürze des Spieles insgesamt und alles. Der Andreas Knauf das getestet hat, der auch geschrieben ist Horrorfilm-Fan. Und ich dachte, vielleicht ist man da potenziell ein bisschen kulanter solchen Sachen gegenüber, wenn dann Atmosphäre, Stimmung und grundsätzliches Gameplay geht ja schon in Ordnung. Nur eben noch mal ein bisschen spezieller, dass du auf vieles achten musst. Okay, ich solle vielleicht Jumpkicks machen. Ich probiere es mal gleich. Oh, habe es aber doch geschafft in den nächsten Part. Immerhin ganz nett. Hier. Und es gab auch durchaus ein paar Story-Sachen, die da passiert sind. Hier nochmal eine andere Art von Hintergrund. Leider kein Parallax. Oh, na gut, ein bisschen Parallax nur hier. Oh, ich bin fast ins Loch da reingefallen. Oh, andere Zombies. Mir hier weghauen. Diese Zombies hier, interessant. Da sind teilweise Geister. Wenn die mich in Beschlag nehmen, wie der hier, dann ändert sich meine Steuerung. Dann ist nämlich vorne, hinten und hinten, vorne. Das heißt, ich muss jetzt umgedreht mit dem Joypad lenken, solange ich von denen beseelt wurde. Und ja, auch nochmal das andere Maß an Abwechslung hier, als ob man hier verwirrt ist in Rollenspielen. Der Verwirrt-Zustand. Was bei einem Jump'n'Run umso schwieriger sein kann. Denn hier muss man natürlich achten, dass ich hoffe, dass der jetzt hier über meine Sprüngeinlagen nicht zu Ende geht. Der Verwirrt-Zustand. Passt Lowdowns haben wir jetzt hier auch. Weil in die Löcher reinfallen ist ungeil. Guck mal, wie viele der Geister mich hier behaken gleich. Ich hoffe, dass die mich nicht umbringen, wenn dann zu viele hier dran sind. So, mal gucken, komme ich an dem vorbei. Ja, die habe ich doch gut abgelegt. Sind wir bei einem Boss? Mal sehen. Oh, wir sind bei dem Boss. Ah, der wird schwieriger. Ich glaube, an den kann ich mich erinnern. Der macht nämlich einen Slide. Okay. Ah, ich glaube, der hätte noch zwei, drei Treffer vertragen. Wo wir das normalen Leben haben, wir noch. Immerhin, dass du da du safest hast, ist das ja schon mal was. Ah, nicht so erwischen. Ah, okay, das ist nicht die richtige Taktik. Ah, ich glaube, da war ich beim ersten Mal. Ah, ich dachte, ich hätte ihn fast done lockt. Dann hätte er nicht mehr rausrutschen können. Du kannst ja immerhin das immer ein bisschen üben mit den Passwörtern, die du hast, dass du nicht immer wieder von Anfang an anfangen musst. Ah, oh Gott, nein. Nee, 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 ich hab's nicht mehr geschafft. Oder das ist die Sache. Der Schwierigkeitsgrad ist höher, dass du's eben übst. Merkt euch, adexul, toll, ome. Das ist das Wort, das Passwort für den vierten Level. Genug davon. Genug dann hier drauf geschaut. Interessanterweise nicht die einzige schlechtere Meinung zu Splatterhouse 2, denn das war gerade der Test von der Videogames 892. In der Powerplay 992 wurde das Spiel ebenfalls getestet von Volker Weiz mit 38 Prozent statt 32 zum Würgen, sein Kurzer Teil. Und sein Fazit Kasten schreibt, das hat Namco gründlich in den bluttriefenden Sand gesetzt. Alle Elemente, die in der Automaten- und PC-Engine-Version für recht gepflegten Spielspaß sorgen, fehlen im neuen Versuch, dass die Feinde in selten dämlichen und unfairen Formationen über den Bildschirm wanken. Könnte man zur Not noch verschmerzen, dass die Kollisionsabfrage aber ungenau und das Leveldesign von beispielloser Fantasiellosigkeit zeugt, wird den echten Splatterer nicht abschrecken können. Also Splatter-Fan ist hier ein Splatterer anscheinend. Viel schlimmer ist die im negativen Sinne hässliche Grafik. Erst im letzten Abschnitt wird etwas Abwechslung geboten. Vorher müssen wir uns mit stupider Mauer-Grafik und den immer gleichen Monstern begnügen. Ja, ey, ist etwas, was wohl überhaupt nicht den Nerv getroffen hat. Hatten wir überhaupt eine gute Wertung für das Spiel damals bei den Zeitschriften? Na gut, eine mittelprächtige in der ASM 992, eine 5 von 12, also etwas unterdurchschnittlich. So schlecht hätte ich das jetzt nicht eingeschätzt. Vielleicht habe ich das auch nur zu sehr verklärt bei mir im Kopf. Und es ist ja vielleicht ein 60- oder 50-60-Prozent-Spiel, aber ich hätte es nie so niedrig eingeschätzt. Leute, das waren mal ein paar Beispiele dafür, für Spiele, die mir aufgefallen sind, dass sie sehr niedrige Wertungen hatten. Ein paar kann ich nach dem Lesen vom Test jetzt nachvollziehen oder verstehen, warum diese Wertung gekommen ist. Es ist eben auch eine Diskussion, da würde ich gerne auf eure Meinung noch mal hören wollen, unten in den Comments. Muss man eine Wertung abändern von dem Spiel, nur weil es älter ist? Wenn ich jetzt ein Spiel teste von 1990, und da ist das damals eins der besten Games aller Zeiten gewesen ist, wie sieht die Wertung aus? Bewertet ihr es nach den damaligen Maßstäben? Darf ich dem einfach keine gute Prozentwertung geben, weil es so viel Fortschritt in den Jahren dazwischen gegeben hat? Oder bewerte ich es so, hey, es ist ein altes Spiel, aber was ist heute noch von der Qualität übrig geblieben? Was wäre so der Ansatz für euch? Das erklärt ja einige Tests, die sich hier gelaufen sind. Aber auch, wenn ihr irgendwelche Tests noch in Zeitschriften im Hinterkopf habt, gerne auch mal mit Link, damit ich mal durchlesen und mir das anschauen kann, wo ihr sagt, die Wertungen waren viel zu niedrig, auch in die Comments mit rein. Bis dahin aber, checkt gerne unseren weiteren Content hier aus. Solches Merch wie das hier findet ihr unter dem Link, auch in der Videobeschreibung in unserem Shop. Das Buch haben wir erwähnt. Und supportet uns gerne über den Support. Es glaubt, ihr macht es möglich, solche Formate wie die hier umzusetzen. Im Speziellen, wenn ihr den Retro-Club-Link benutzt, dann drückt ihr diesem Format eure Zuneigung aus. Wir sagen schon mal Danke an all die Leute, die es gemacht haben und Danke im Voraus an die, die es machen werden. Und ich hoffe, euch beim nächsten Mal beim Retro-Club zu sehen, wenn es wieder heißt Retro-Club. Ist ja auch klar. Bis dann. Das Buch ist ja auch klar. Bis zum nächsten Mal.